Ein zweiter Trader ist zur kommenden Folge CatBlaw erschienen und zeigt uns noch das ein oder andere Spannende, was uns erwarten wird. Interessanterweise wird CatBlaw selbst nicht direkt gezeigt, sondern lediglich seine Schemen. Dafür aber sehen wir zum Beispiel noch einiges mehr zu Hawkmoth und zu Adrien. Zunächst zeigt uns der Trader Marinettes Freunde. Julika übt ein wenig an der Gitarre und Alia hilft Alix beim Skating. Im nächsten Bild sehen wir Marinette die Treppen hochlaufen und in der einen Hand hält sie den Brief oder was auch immer das genau ist, da sie später als Ladybug auf Adrians Kopfkissen legt. Beim ersten Trailer sahen wir allerdings nur, wie Adrien in sein Zimmer geht und gerade noch mitbekommt, wie Ladybug wieder aus seinem Zimmer verschwindet. Nun kann man natürlich noch sagen, gut, wenn man sich anschaut, wie sie vorher mit dem Geheimnis ihrer Identitäten umgegangen sind, dann kommt hier vielleicht wieder so etwas wie, Ladybug hat den Brief nur von Marinette entgegengenommen und ihm dann abgelegt. Selbst wenn Adrien noch sah, wie Ladybug Marinettes Namen auf den Brief schreibt, hätte sie vielleicht noch sagen können. Marinette hat ja nur wieder vergessen, selbst zu unterschreiben oder so etwas in der Richtung zumindest. Aber hier nun beobachtet Adrien Marinette direkt mit dem Brief unter dem Arm. Also ich denke an diesem Punkt ist es schon relativ sicher, wenn man davon ausgeht, dass Adrien in dieser Folge tatsächlich, wie eben auch in Oblivio, hinter ihr Geheimnis kommt. Auch hier hat Adrien jedenfalls wieder seine Medaille und scheint recht stolz auf sich selbst. Einige von euch hatten vermutet, er könnte vielleicht beim Fechten gefunden haben, was auf alle Fälle naheliegen würde. Was es letzten Endes genau sein wird, das werden wir noch bald erfahren. Anschließend kommt eine Szene, in der Marinette vor Adriens Haus steht und hier wird ihr wohl auch bewusst, dass es ja nie so wirklich einfach ist, einen Brief zu Adrien zu bekommen, ohne bereits gleich am Tor abgefangen zu werden. Und kommt dann vermutlich zu dem Entschluss, Na ja, was soll's, dann verwandle ich mich eben und bringe den Brief als Ladybug direkt in sein Zimmer. Was soll da schon großartig schief gehen? Tiki sagt ihr wahrscheinlich noch, dass das keine so gute Idee ist, aber Marinette macht es trotzdem und praktischerweise ist das Fenster von Adriens Zimmer offen, sodass sie bequem einfach reingehen kann. Dann in seinem Zimmer nimmt sie sich noch die Zeit, ihren Namen samt Herzen auf den Brief zu schreiben. Also, ja, besonders vorsichtig ist sie in dieser Folge wirklich nicht. Adrien kommt rein und sieht noch, wie sie das Zimmer verlässt. Diese Szene kennen wir ja bereits aus dem letzten Trailer und, ja, spätestens hier sollte Adrien nun wirklich wissen, wer sie in Wirklichkeit ist. Anschließend wird uns eine gewaltige, weiße, ich nenne es mal vorerst Explosion gezeigt, von der wir ausgehen können, dass sie von Kette Blanc ausgelöst wird und sich außerdem noch von Paris hinauf bis zum Mond ausstreckt. Also, da steckt schon einiges an Power dahinter. Man kann allerdings auch noch nicht genau sagen, was dies für eine Kraft ist. Eine neue Art von Kataklysmus? Im letzten Trailer sahen wir, wie Kette Blanc eine kleinere Ausgabe eines solchen Strahls abfeuerte. Also, bezieht er hier vielleicht die Kräfte aus dem Mond? Man wird es sehen. Die nächste Szene sahen wir ebenfalls bereits im letzten Trailer. Marinette steht weinend unter einem Regenschirm, während Adrien auf sie zurennt, sich beim Laufmann Kette Noir verwandelt und dabei vom Gorilla Heini beobachtet wird, der davon vermutlich anschließend Gabriel erzählt. Eventuell findet hier auch Marinette heraus, dass Adrien Kette Noir ist, denn wir sehen zuerst, wie sich Marinette umdreht und sich Adrien dann verwandelt. Allerdings kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Folge haargenau so abläuft oder ob dieser Moment einfach nur speziell für diesen Trailer so zugeschnitten wurde. Aus dem letzten Trailer wissen wir zudem noch, dass Kette Noir den Akuma fängt, der eigentlich Marinette akkumatisieren sollte. Eventuell wird Kette Noir dadurch gleich akkumatisiert oder aber es gelingt ihm, sich noch eine Weile zu widersetzen, denn wir wissen ja, dass dies möglich ist. Letzten Endes aber endet er als Kette Blanc. Als nächstes sehen wir Hawk Moth, der durch die Decke seines Verstecks herabstürzt und ich denke mal, es wird an seiner Verwandlung liegen, dass er sich bei diesem Sturz nicht sämtliche Knochen bricht. Warum genau er überhaupt stürzt, kann man noch nicht genau sagen, allerdings stehen ihm Ladybug und Kette Noir gegenüber, weswegen man wohl davon ausgehen kann, dass der Sturz durch seinen Kampf gegen die Zwei bedingt ist. Kette Noir ist nun hier allerdings immer noch Kette Noir. Wie gesagt, bisher lässt es sich nicht sagen, wie genau die Reihenfolge verläuft, doch wenn sie genauso ist wie im Trailer, würde diese Szene dafür sprechen, dass sich Kette Noir dem Akuma noch widersetzen konnte. Der Kampf gegen Ladybug und Kette Noir geht weiter. Hawk Moth schleudert seinen Stab auf Kette Noir, doch wird dieser einfach zur Seite befördert und Hawk Moth wird schließlich immer weiter zurückgedrängt. Kette Noir und Ladybug folgen ihm und es sieht so aus, als wäre er kurz davor, endgültig geschlagen zu werden. Da enthüllt er Emily und wenn er hier weiß, dass Kette Noir sein Sohn ist, dann kann man stark davon ausgehen, dass er an dieser Stelle erzählt, warum er überhaupt erst die Miraculous haben will und eventuell gelingt es ihm, Kette Noir von seinem Plan zu überzeugen. Beziehungsweise sehe ich hier fast schon zwei Möglichkeiten. Entweder ist es der Akuma, der Kette Noir zu Kette Blau werden lässt, oder vielleicht, und ich habe keine Ahnung, ob das möglich ist, doch vielleicht verändert sich Kette Noir auch aus eigenem Antrieb, eben weil seine Emotionen beim Anblick seiner Mutter völlig durcheinander geraten und er damit nicht fertig wird. Ist wahrscheinlich etwas zu weit hergeholt und es wird Stich der Akuma sein, doch war das gerade irgendwie ein spontaner Gedanke von mir, den ich mal in den Raum werfen wollte. Die nächste Szene sagt Hawk Moth, der offensichtlich wieder ziemlich siegessicher ist. Vielleicht, weil er Kette Noir überzeugen konnte, wobei anschließend noch Kette Noir gezeigt wird, wie er offenbar versucht, mit dem eben Erfahrenen klarzukommen. Schließlich erscheint diese weiße Explosion und in der Mitte sehen wir die Umrisse von Kette Blau, der auf seinen Knien ist und offenbar die Kontrolle verliert. Und das war eben auch mit der Punkte, wo ich zumindest vermute, dass Hawk Moth die Kontrolle über ihn verliert, sollte er für Kette Noirs Verwandlung mit einem Akuma verantwortlich sein. Oder aber, wie gesagt, es geschieht bei Kette Noir aus eigenem Antrieb. Was es auch ist, eventuell müssen an dieser Stelle sogar Hawk Moth und Ladybug zusammenarbeiten, weil Kette Blau mit seinen Kräften drohte, alles um sich herum zu zerstören, was wir ja bereits im ersten Trailer sahen, wo alles unter Wasser stand. Und zusätzlich erholt sich Ladybug noch Hilfe von Bunnix. Die Lage ist auf alle Fälle ziemlich ernst. Was sagt ihr zum zweiten Trailer? Seid ihr auch schon so gespannt auf diese Folge? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und wie immer, bis zum nächsten Mal! AXischer Schreibt mir palate Jettlich Ein Vielen Dank.